Ja, ich meine, dominante Geschichten sind natürlich solche Sturmereignisse, gerade Lothar, mit über zehn Bäumen in unserer Seile. Ansonsten sind wir hier im Freizeitbereich, das heißt, wir haben in der Regel eigentlich nur Freude mit unseren Gästen, die in der Freizeit natürlich eine tolle Sache erleben, hier oben auf dem Schauensland-Gipfel-Rundweg mit Aussichtspunkten und gerade im Winter die verschneite Winterwanderwege, das öffnet natürlich dann die Seele. Und können Sie nochmal zusammenfassen, was für Aufgaben Sie hier haben? Ich bin hier im Augenblick Diensthabende Betriebsleiter und gleichzeitig auch verantwortliche Betriebsleiter. Das mache ich hier so in dieser Tätigkeit seit September 2009. Von Haus aus bin ich Elektromeister, habe die Betriebsleiterprüfung nach BO-Seil und nach EU-Norm, ich bin nebenher noch Fachkraft für Arbeitssicherheit, Hauptschwerpunkt ist Personal, Dienstplanung, Arbeitsvorbereitung, wird unterstützt durch zwei Stellvertreter, die auch ebenso wie ich, jeder seinen Arbeitsbereich hätte nacharbeitet. Und ist schon mal jemand Prominentes mitgegangen? Ja, wir hatten Jürgen Trittin schon als Umweltminister hier im Haus, der Seil war eine Besichtigung, viele Sportler vom Sportclub unten waren schon bei uns. Ja, ja, dann alles. Ja, okay.